Also heute ist der Tag der Seligsprechung von Carlo Acutis. Hier haben wir zwei, die ein bisschen was schon wissen über ihn. Was weißt denn du? Also er soll ja quasi der Heiliger des Internets werden, weil er sich sehr gut mit... Also er war ein ganz normaler Jugendlicher, er hat PS4 gezockt, er hat mit seinen Freunden Fußball gespielt. Und er hat gerne programmiert und seine Aufgabe, die er gesehen hat während seiner Lebenszeit quasi, war, dass er eine Internetplattform erstellt hat, auf der er verschiedene eucharistische Wunder zusammengestellt hat. Und weil er mit seiner Familie viel gereist ist, hat er da Fotos gemacht von den Wundern und einen kleinen Text dazu geschrieben. Und wie sieht sein Grab aus? Es liegt in einer Sissi, in einer Kirche, ich weiß nicht wie sie heißt, auf jeden Fall ist es eine Kirche, in einer ganz ruhigen Stelle, da fahren fast nie Autos vorbei, mitten in der Stadt. Und das ist ein ganz weißes Grab. Und das ist ein ganz weißes Grab. Seine Familie war gar nicht gläubig und er ist dann irgendwie, hat die Kirche entdeckt und ist dann jeden Tag früh morgens hingegangen, vor der Schule noch. Und dann ist er mit 14 irgendwie gestorben und jetzt haben wir ihn vor ein paar Wochen aufgeweckt, also das Grab angeschaut und er ist unverwüst. Er hat praktisch die modernen Medien genutzt, um den Glauben zu verbreiten und ich denke, das ist ja in unserer Zeit ein großartiger Auftrag auch für uns, die moderne Medien zu nutzen, um das Evangelium in die Welt hinauszutragen. Musik 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 Ja, ja, niemals liegen bleiben bis zum Gipfel steigen. Fahrt in ein Europa, alle Zeit bereit. Musik 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 Musik